Hey Leute, in dem Video erfährst du mal, was du eigentlich machen kannst, wenn deine Backofentür hier oben nicht mehr richtig schließt und während dem Backen diese Knöpfe da oben sogar richtig heiß werden. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Seit neuestem habe ich hier oben meinen kleinen Spalt beim Backen drinnen, wodurch die heiße Luft aus dem Backofen nach oben steigt und meine Knöpfe hier sehr heiß werden. Wenn ich mal meinen Backofen aufmache, dann habe ich mir auch schon mal die Türdichtung hier etwas genauer angeschaut, doch diese schaut auch noch wirklich sehr gut aus, weswegen es an dieser auf gar keinen Fall liegen kann. Vermutlich habe ich dieses Problem, da meine Scharniere hier irgendwie falsch eingestellt sind oder vielleicht sogar leicht kaputt sind. Wenn ich diese jetzt jedoch ausbauen möchte, ist das relativ schwierig. Aus diesem Grund habe ich einen Trick mal rausgefunden, mit dem es um einiges leichter geht. Hierfür habe ich mal ein Stück Alufolie so leicht zusammen gedreht und dieses Stück muss ich jetzt hier hinten unter das Scharnier drunter bringen. Dadurch wird dieses nämlich leicht erhöht und die Tür hebt sich dadurch natürlich auch leicht an und sollte oben auf jeden Fall besser gegen meinen Backofen schließen. Das probiere ich jetzt einmal aus. Hierfür muss ich zuerst einmal meine Backofentür ausbauen. Ich gehe zum Scharnier hin. Hier habe ich hier hinten eine Sicherung, die kann ich einfach so nach oben hin aufmachen und drücke sie einmal ganz nach vorne. Auf der anderen Seite dasselbe Spiel natürlich auch. Wenn die beiden Scharniere hier entriegelt sind, meine Backofentür leicht nach oben geben und dann kann ich mich diese auch schon herausnehmen. Bei mir muss ich jetzt noch etwas weiter nach oben. Normalerweise reicht etwas über 45 Grad und schon habe ich meine Backofentür draußen und lege diese einmal auf die Seite. Jetzt aus so einer normalen Alufolie hier einmal zwei solche kleinen Streifen machen und hier kann ich jetzt einen Streifen schon da, wo mein Scharnier vorhin drinnen war, einmal unten reinlegen und am besten knicke ich es hier vorne leicht ab, dass es auch wirklich in der Position bleibt. Das zweite Stück auf der anderen Seite hier unten genauso reingeben. Das sollte auch schon passen und schon kann ich meine Tür wieder einhängen. Diese hierfür wieder leicht gekippt, bei mir wieder relativ steil einmal nach vorne reingeben, ist jetzt auch schon geschehen und dann vorsichtig nach unten lassen. Hier sicherheitshalber natürlich immer noch festhalten, nicht dass das Scharnier hinten noch nicht richtig drinnen ist und mir diese Tür runter fliegt. Jetzt einmal den Verschluss von meinem Scharnier hier wieder schließen. Du kannst auch sehen hier unten die Alufolie, kaum zu sehen, stört also nicht wirklich. Ich mache es hier also mal zu und auf der anderen Seite genauso. Danach unbedingt schauen, wie gut unsere Backofentür jetzt schließt. Ich hoffe, in der Kamera kann man es gut erkennen. Bei mir schließt es um einiges besser als zuvor. Wenn es bei dir zu Hause jetzt immer noch nicht ganz schließt, die Backofentür am besten nochmal ausbauen, das Alufolie ein Stückchen hier etwas mehr falten, dass es dicker wird und erneut probieren. Wenn es bei dir zu Hause danach immer noch nicht richtig funktioniert, müsstest du wahrscheinlich das Scharnier bei deiner Backofentür auswechseln. Doch das würde das Video jetzt auf jeden Fall sprengen. Und somit hoffe ich, dass bei dir zu Hause jetzt auch die Backofentür wieder richtig hier oben zuschließt. Wenn der Trick mit der Alufolie bei dir zu Hause jetzt leider nicht funktioniert hat und du dir deswegen gleich neue Türscharnier hier zulegen möchtest oder auch vielleicht sogar gleich einen neuen Backofen, weil deiner eh schon relativ alt ist, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.